No offence to you, don't waste your time And why? Because I'm happy Drop the money if you... So, falls du dich mitbekommen hast, wir gehen jetzt zu dir Informationen und fragen nach, wo man hier snowboarden kann. Ich meine, hallo, hier muss ja irgendwas sein. Es ist so warm, wir haben hier. Oh, jetzt bin ich mal einfach. Okay, jetzt sind wir fertig. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.